Herzlich Willkommen im heutigen Wunscherfüllungsritual. Ich grüße euch alle und ich freue mich, dass ihr so viele dabei seid. Heute ist ein Schicksalstag und ich habe diesen Tag gewählt für dieses Wunscherfüllungsritual. Was meine ich damit Schicksalstag? Wir Menschen haben Wünsche, Sehnsüchte, Träume und Visionen. Und es gibt bestimmte Tage, wo wir das intensiver spüren als sonst. Das kommt durch die Mondbewegung und Mond hat einen ganz großen Einfluss auf unsere Emotionen. Es gibt Tage, wo wir das Gefühl haben, das ist so weit weg, so unerreichbar, so hoffnungslos. Dann gibt es auch Tage, wo wir anfangen daran zu zweifeln und das wirft alles zurück. Wir entfernen uns von unseren Wünschen. Und es gibt auch Tage, wo das ganz realistisch, ganz nah erscheint wie den heutigen Tag. Das ist so ein Schicksalstag. Ich nenne das als Schicksalstagen, weil das beeinflusst tatsächlich unseren Schicksal. Die Wunscherfüllungsritual beginnt um 21 Uhr. Bitte konzentriert an euren Wünsche. Die Ritual mache ich. Entspannt euch. Zündet euren Kerzen an. Aber bitte ritzt eure Wünsche nicht in die Kerze, weil ihr verbrennt es. Sondern es genügt, wenn ihr an euren Wünsche denkt und daran glaubt. Und jetzt genießt die Musik, diese schamanische Musik. Entspannt euch dabei und denkt daran, wir sind miteinander verbunden. Alles Liebe, wo ihr auch seid. Eure Dendera 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020